Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Planetscrafter. So, dezenter kleiner Unterschied dann doch zum letzten oder vorletzten Mal. Die Hülle hier unten, die ist etwas feuchter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei der letzten auch Wasser drin war. Egal, wir schauen rein. Diesmal bin ich natürlich vorbereitet. Nicht nur auf den Kollegen hier. So, ich habe allerdings noch einen einstecken, wenn uns jetzt noch einer den Weg versperrt. Bevor wir was finden, dann müssen wir nochmal zurück. Ja, ich nehme es mal vorne weg. Ganze 1000 Token habe ich noch gefunden nach der letzten Folge. Hier haben wir noch 100. War auch noch ein Stuhl. Diese blaue irritiert halt. 5000, das sind mir noch die Liebsten. Haben wir was gefunden, oder? Das ist gut. Den bleibt da liegen. Mach her, wo passt. Ja, ich erinnere mich. Völlig unnötiger Quatsch. Was soll's. Okay, wir müssen nicht auf. Was haben wir denn jetzt inzwischen eigentlich? 230.000? Knapp auf die Hälfte suchen, den wir brauchen. Oh, das ist gut. Ich bin nicht auf. Ich bin nicht auf. Nein? Ich bin nicht auf. Ich bin nicht auf. Jep. Wie ne Fackel hier? Und ein Roaster mit. ich habe es im anderen frack jetzt auch so gemacht fackeln eisen et cetera das habe ich alles liegen gelassen ebenso samen da haben wir zu viel von so 100 und 100 ich würde sagen gehen wir erst mal weiter 5000 sehr schön 5000 auf umweg Obwohl die Regierungsstäbe auf jeden Fall noch so viele. Naja. Was versteckt hinterm Tisch noch? Ja. ja so ja seht ihr? Zwei diesmal sogar äh die hätt ich gerne daran hab ich so viele von ähm äh 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 offensichtlich dann ist der reaktor sehr schön jetzt sehe ich nicht duks ich glaube jetzt im kreis oder nicht keine ahnung das ist der ausgang oder? das sehen die taschen aus ne, hier gehts nack so ja jetzt zeige ich euch einmal den loot den ich letzte folge noch eingesammelt habe da haben wir hier nochmal 1000 Teufel habe ich glaube erwähnt ich sage dann schmeißen wir die kollegen die automatisch verteilt werden hier nochmal rein wenn sie nur verteilt werden können da ist auch schon ein bisschen was drin ja ich habe mich jetzt auch entschieden die beiden sauerstoff sicherungen die wir noch hatten dort auch zum verkaufen so 2,74 inzwischen dann bin ich der meinung dass wir das hier nicht mehr zwingend brauchen das ist eine variante das ist eine variante so essen trinken und retour Und jetzt kommt der Kugel. Ja, die Kisten, die habe ich hier in der Umgebung schon, die, die ich gefunden habe, schon das rausgeholt, was wir brauchen können. Das ist inzwischen ja nicht mehr allzu viel. So, dann geistern wir hier jetzt noch einmal durch gemeinsam. Die Türen sollten jetzt ja alle offen sein. Mhm, hätte man sich sparen können. Hallihallo, Hallöle. Ja, das gefällt mir. Die beiden nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die Platte nehmen wir mit. Ja, und ich werde den Rest auch drin lassen. Das habe ich jetzt in dem anderen Wrack aus der gestrigen Folge genauso gemacht. Wackeln, Eisen, Samen, brauchen wir alles nicht mehr. Da haben wir so viel von. Aber vielleicht werde ich irgendwann da nochmal hin eiern und das doch nochmal rausholen. Aber nur einfach um den, da ist rot, ja dann kann da oben nichts sein. Äh, nur um den inneren Monk zu befriedigen, ich werde sie dann eh vernichten im Schredder. Ja, hier hatte ich wohl keine Fackeln mehr. Da bin ich der Meinung, dass wir den nicht springen müssen. Genau, weil es ist bloß der Durchgang hier. Das ist also Quatsch. So, und hatten wir hier alles rausgeholt, was wir haben wollten? Probe ja, ne? Guckste, 500 und 500. Dann Walnuss können wir mitnehmen. Die Sicherung nehmen wir mit. Und natürlich den Pulsar. 100, 100, 100, 100, 1000 hervoren. Was ist denn das? Stufe 4. Ah. Sollte man machen. Jetzt fahren wir hier so weit durch. Das war Kollege Kreislauf hier, ne? Hier haben wir dann aber wahrscheinlich auch noch Back. Doch, hier machen wir. Aber gerade erst, Landi. Oh, oh. Wird durch dich hier reingekommen? Wo kommt hier die Triple? Nö. Auch noch einen Schrank. Ah. Du darfst nicht abweichen. Du darfst einfach nicht von deinem Halt dich links abweichen. Dann bist du sofort wieder raus. Sag nochmal. Jetzt lass ich mir wahrscheinlich einiges doppelt. Wie? In Ordnung. Aufwandern. Zu. Die sind Recommend. Die sind in Ordnung, die sind in Ordnung. Als auch eine Schrank, die sind in Ordnung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020